Hallo und vielen Dank, dass du dich für Freifam interessierst. Ich bin Sandro Groganz, der Gründer von Freifam. Ich habe Freifam ins Leben gerufen, als ich selbst erlebt habe, was Jugendämter und Familienrichter tun, dass da die pure Willkür herrscht im Namen des Kindeswohls. Freifam steht für Freiheit für Familien und wir setzen uns ein für die Rechte von Kindern und Eltern. Wir tun dies hauptsächlich durch Berichterstattung über Fälle in Deutschland. Ich habe nämlich, nachdem ich freifam.de die Website aufgesetzt habe und meine Erlebnisse mit Jugendämtern und Familienrichtern aufgeschrieben und veröffentlicht habe, viele Kontakte und Anfragen aus ganz Deutschland, auch Österreich und der Schweiz bekommen, wo mir berichtet wurde, was diesen Eltern, Vätern und Müttern und deren Kindern widerfahren ist. Und da habe ich mir gedacht, okay, das ist kein Einzelfall, das ist ein Phänomen im deutschsprachigen Raum. Und unser Ziel ist daher, die Öffentlichkeit darüber zu unterrichten, was da geschieht, wie die Kindeswohlwillkür grassiert in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und wenn du deinen Fall auch in die Öffentlichkeit bringen willst, dann kontaktiere uns bitte unter info.freifam.de und dann schreiben wir dir zurück und schauen, wie wir dir helfen können, deinen Fall über Freifam in die Öffentlichkeit zu bringen. Und wenn du unsere Idee unterstützen willst, wenn du mithelfen willst, dass Familien in Deutschland nicht mehr unter der Kindeswohlwillkür von Jugendämtern und Familienrichtern leiden und auch in Österreich und der Schweiz Eltern und Kindern nicht mehr darunter leiden müssen, dann bitte spende doch, das siehst du jetzt im Abspann, da siehst du einen Link und dort bekommst du Informationen, wie du spenden kannst, um die Freiheit für Familien, unseren Einsatz dafür zu unterstützen. Danke für dein Interesse und Tschüss!